Hallo und herzlich Willkommen bei Bricks Builds. Heute werden wir am Bahnhof weiterbauen und zwei neue Gäste in der Trainworld willkommen heißen. Bevor wir aber jetzt loslegen können, brauchen wir zunächst ein paar Teile. Wir haben braune 1x4 Platten für die Gleise bestellt, dunkle Blätter für die Begrünung und graue 1x8 Steine für den Bahnsteig. Zu den dunkelgrünen Blättern haben wir auch noch hellgrüne Blätter bestellt und noch ein paar 1x1 braune Fliesen. Jetzt fangen wir aber an zu bauen. Zuerst habe ich mit der Verbindung zwischen Bahnhofsgebäude und Bahnsteig begonnen. Danach habe ich die Blumenkästen noch fertig gebaut. Und jetzt kommen wir zum zeitraubendsten Part, die Bretter zwischen den Schienen. Funktionieren ja crushed Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Timo und Carla bauen an ihrem tollen Weltraumplaneten Pandemica. Mein persönliches Highlight an ihrer Anlage ist die Monorail. Aber auch die Landschaft und die vielen Details sind absolut sehenswert. Bei den beiden solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen. Ich habe euch das Ganze in der Beschreibung verlinkt. Neben Timo und Carla ist aber auch noch jemand anderes eingetroffen. Der Ehemann der alten Dame. Nachdem der Bahnhof jetzt schon etwas voller aussieht, wird werden wir uns der Böschung der Bahngleise. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nachdem die Fenster für den Bahnhof angekommen sind, haben wir sie auch direkt eingebaut. Links unten ist noch das Bild des Originals eingeblendet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen.